So, hi Freunde, willkommen zu Flairamstag, mal wieder. Dazu muss ich aber sagen, wieder an mehreren Stationen hier diesmal, wieder schönen Wald. Ich werde gleich sagen im Voraus, dass ich jetzt schon auf dem Weg zum Flughafen bin oder schon im Flugzeug sitze. Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass ich entweder schon mal im Flughafen bin oder schon auf dem Weg in Urlaub bin. Wo genau das ist, sage ich noch nicht, das wird mir gleich eine Überraschung. Jedenfalls wollte ich das nochmal hier gesagt haben, dass ihr euch jetzt nicht wundert. Hä, wie, was steht denn da im Titel? Urlaub, Hä, Vertretung, wie, Flugzeug. Okay, gut. So, ja, weiter geht's. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, in dieser Zeit werden die regulären Projekte, flexiblen Projekte, das Hauptprojekt nicht fortgesetzt. Nur so weit, wie ich schon jetzt aufgenommen habe. Metro wird wahrscheinlich beendet werden, aber es wird kein neues Hauptprojekt kommen, bis ich wieder nach dem Urlaub da bin. Dafür gibt es einmal ein Ersatzprojekt, das ich mit dem lieben Chris mache, mit H-Chris30. Den findet ihr ja sowieso auf meinem Kanal und auch in der Videobeschreibung unter den verlinkten Kanälen. Und mit ihm mache ich da ein kleines Projekt, das wird Magica sein, kann ich euch schon mal verraten. Das wird über den Urlaub, also ich bin vier Wochen im Urlaub und das wird da über diese Zeit von Montag bis Samstag verteilt hochgeladen. Ich werde auch versuchen, ein paar Mach-mit-Projekte sonntags dann immer hochzuladen. Und ob das vielleicht ein bisschen so uns darf, ich weiß es aber nicht so genau. Das ist noch nicht so ganz geplant. Viele von euch haben sicherlich schon mitbekommen, dass in Zukunft 19 Uhr Flairer-Time ist und jetzt kommt die Sonne raus. Und ja, es steht ja auch im Kanaldesign, also habe ich oben drüber Montag bis Samstag 19 Uhr Flairer-Time. Das heißt einfach, dass ich 19 Uhr alle Videos, die an diesem Tag vorhergesehen sind, freigebe oder schon hochgeladen habe und die dann eben da auf dem Kanal verfügbar sind, sodass ihr sie dann eben zu einem festen Zeitpunkt schauen könnt, dass es ein bisschen geregelt hat. Viele von euch haben das jetzt schon auf Facebook und wo auch immer, in den Feeds von YouTube zum Beispiel auch. Ich habe auch im Klaramstag schon das Kisten durch dahin mitbekommen. Und ja, die waren eigentlich ziemlich begeistert davon. Und jedenfalls wollte ich jetzt hier einfach auch nochmal sagen, in den Klaramstag, damit ihr das über den Urlaub hinweg auch noch vertiefen könnt, sage ich mal. Warum hältst du dann Tanzabend? Ist ja auch egal. Und auch die Magikavideos werden 19 Uhr täglich hochgeladen in vier Wochen, na natürlich immer noch. Das trifft ihr mich ab. Das sind die ersten Fanattacken hier, live im Wald. Öff, der Raser! Ihr fragt euch jetzt ganz bestimmt, wo eigentlich das Kroatien-Video geblieben ist, das frage ich mich ganz ehrlich auch, das wird aber jetzt, das wurde jetzt schon hochgeladen vor zwei Wochen von eurem Standpunkt aus und ja, ich werde einfach mal einen Link in die Beschreibung packen und auch mal einen kleinen Ausschnitt hier in dieses Bild, wenn du das nicht zu selber bewegst, reinpacken. Ich bin, glaube ich, auf dem Bild rausgelaufen, ist ja auch egal. Jedenfalls könnt ihr das jetzt ansehen in der Zeit, wo ich eben im Urlaub bin und ihr braucht auch gar nicht schreiben, gar nicht fragen, wo ich hingehe, das werde ich nicht sagen, dass ihr es dann seht, weil das halt eben eine Überraschung wäre, weil das ist ziemlich geil, wenn es ein ziemlich großer Urlaub ist. Und ja, da seht ihr jetzt einfach mal so ein paar Einblicke von Kroatien und lasst noch mal eure Meinung dazu da und in weniger Zeit sage ich jetzt einfach mal, ich werde es so schnell wie möglich, dass dieses Urlaubsvideo schneiden und bearbeiten und dann hochladen, damit ihr das auch sehen könnt. Und das war's eigentlich jetzt auch schon so, eigentlich von diesem Flair-Amster, was guckst du mich so an, so erschüttert? Ist ja auch egal. Jedenfalls, äh, ja, ihr auch, warum guckt ihr mich so erschüttert an? Ich, so, so lange wollte ich den Flair-Amster gar nicht machen. Soll ja informativer sein, ähm, ich werde zwar auch irgendwann wieder diese Flair-Tastischen-Kombis und so einbauen, aber das dann eher nach dem, nach dem Urlaub, weil, lass mal bitte aufs Display gucken, ist keine Sache aus dem Bild, ähm, weil ich eben, äh, jetzt weniger Zeit habe und weniger, hör du mal, was hast du jetzt, Entschuldigung? Du mein Haar tut weh! Achso, ähm, weil, wie soll ich sagen, jetzt vorm Urlaub ist es halt einfach blöd, siehst du mich überhaupt noch? Ja. Jetzt vorm Urlaub ist es halt einfach blöd, ich hab mich da gegen ein Fiel gestochen. Ähm, ey, das ist geil so. Leratastische-Kombis zu, äh, machen, weil das einfach wenig bringt, das trägt ja nichts dazu bei zum Urlaub und deswegen sag ich das einfach mal, also, ich hoffe, ihr versteht das. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Projekt, mit Chris und mir und wir hören uns auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Feeds posten im Urlaub, aber wir hören uns dann erst nach dem Urlaub wieder und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß und klickt euch einfach mal durch, schaut bei den anderen Kanälen vorbei und viel Spaß auch beim Kroatien-Video. Also bis dann! Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu supporten. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Wir sind hier live am Geschehensort, der Helikopter. So, hallo! Ich will noch ein paar Blümchenblöcken gehen. So, halt mal. Hör auf dir! Mann! Dass die Glocken läuten, ja, dass die Glocken läuten, ja, auf die Schule zu fällt, dass die Glocken läuten, würde mich sehr freuen, wenn ihr bei dem 300 Abonnenten Special mitmacht. Ihr müsst dazu einfach näher, äh, an mein Gesicht ran, das war im Chat. So, einbauen, aber das dann eher nach, nach dem Urlaub, weil, lass mal bitte aufs Sitzbeck gucken, weil ich eben, äh, jetzt weniger Zeit hab und weniger, hör doch mal. Was hast du hier triggert? Du mein Haar nur weh! Also, vor dem Urlaub ist es halt einfach blöd. Siehst du mich überhaupt noch? Ja.